Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind im neuen Jahr. Wir sind im Jahr 2019. Ich bin gerade hier das Video am Schneiden, was ihr schon gesehen habt. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich will euch gerade mal ein bisschen zeigen, wie ich euch hier schneide. Ich sitze gerade hier in meinem Katarom. Oh mein Gott, ist das Licht höher. Man braucht ja eine Sonnenbrille. So Leute, jetzt ist es besser. Jetzt habe ich die Sonnenbrille an. Die Sonne ist hier am Scheinen. Also mein Handy macht echt geiles Licht, von daher top. Danke Handy, vielen Dank für dich. Machs gutes Licht, schönes Licht. So, ich sehe jetzt aber die Sonnenbrille aus. Sie sieht richtig scheiße aus. Sonst sehe ich auch meine Tasten hier gar nicht. Meine ganze Computersteuerung für die Videos zu schneiden. Das ist übrigens mein Laptop. Da hinten ist mein großer Fernseher. Da habe ich alles drauf wie streamt. Das ist super am Laufen. Ich kann jetzt super gut schneiden. Ich kann alles bis in die Details sehen. Macht echt Spaß. Ich persönlich freue mich sehr auf das Jahr. Ich werde viel erleben mit dem YouTube-Kanal mit euch zusammen. Das wird auf jeden Fall richtig nice. Du den Kanal abonnieren. Das würde mich sehr freuen. Damit wir noch ein bisschen mehr werden. Abonnenten zahlen bin ich auch sehr zufrieden. Aufruf zahlen. Die Quartalszahlen werde ich irgendwann noch vermitteln. Dann mache ich noch ein extra Video zu. Aber ich bin sehr zufrieden damit. Natürlich könnte immer noch ein bisschen mehr kommen. Aber wir fangen erst mal an. Wir sind dann noch ganz klein. Und jetzt sind Ziele gesetzt wie dieses Jahr. Ich denke, die werden wir auch erreichen. Ich will das Video jetzt fertig kriegen. Ich bin schon ganz nervös. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir haben. Irgendwie 0 Uhr durch oder so ein Kram. Ja, 0 Uhr durch haben wir jetzt. Ich will das Video noch fertig kriegen. Da muss noch gerendert werden. Dann soll jetzt hochgeladen werden. Da müssen wir unten mal reingucken. Da ist noch ein Tränk passiert. Auf jeden Fall sehr nice. Jetzt sind wir alle zusammen. Da haben noch Zuschauer getroffen. Da hat es mir richtig viel Spaß gemacht. Da müsst ihr auf jeden Fall reingucken. Das Video werde ich hier verlinken. Genau hier. Da ist Platz. Da kann man das verlinken. Würde mich sehr freuen. Jetzt bin ich das Video fertig kriegen, Mann. Ich habe richtig Lust zu schneiden. Ich bin das heute noch fertig kriegen. Dann bin das mal gekommen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da reingucken würdet. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht es gut. Frohes neues Jahr. Euer Simon auf YouTube. Und wir sehen uns im nächsten Video. 일이거든요, wenn du beliebest.